So, was machen wir hier? Drei abgestützte, überlebende, klassische Rippe gefahren, keine Grundschule. Mach mal so. Warte! So, die Erzähl-KI. Achso, Sonderklasse. So, dass die Spannung in Schirsch-Ruskosch-Dete steigt. Und sich nur das zu. Schirsch-Gel. So, okay. Okay, ich würde einfach sagen. Basis-Bau. Okay. Das ist lieber gut. Äh. Ich würde mal hauen. Mach mal so. Genau. Ja, ist mir zu kalt. Was ist denn denn? Das ist ein bisschen. Das ist so schön warm hier. So, ich nehme das. Ja, aber das. So. Ne, ich will erst mal als erstes den Weg packen. Ne. So. 41. 2, ganz feuerlich. Kein Kerker. Ja, genau. Na komm schon. Alles. Und. Spitzname Quincy. Ok. Dann nehme ich eine Frau. Ok. Ne. 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 Was ich bin. Ach, geht noch. Na gut. Kaskel. Hö, dann möchte ich etwas. Hm. Das brauche ich jetzt noch, wenn das bestimmt ist. Instruktion vielleicht. Landwirt. Ergbau. Landwirt. Instruktion. Passt eigentlich. Boah. Selbst geplant. Und wie nehmen wir den? Ähm. Geh nicht mehr als... Ach, das ist mein Kollege. Miocro. Äh, jetzt äh. Miocro. Solo. Gun. Worka. Okay. Äh, start. Oder? Muss ich noch was machen? Nö. Nö. Nö, wir schaffen das. Der Krach von Sirenen und erster Metall heilt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kyroschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichenden Atemluft schafft ihr es gerade noch die Rettungskabel zu erreichen und sich ins All zu katapultieren. Bevor euer Raumschiff auseinanderbeischt. Einige Zeit später landet ihr auf diesen unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein. Seines Spiel. Und dann dafür, dass wir das die Hühner sind. Nö, dass wir damit beginnen, wo dann ein Führer werden kann. Achso, Moment. Ich muss mal was machen. Genau. Es wäre nämlich gut, dass ihr mit mir wohl noch noch so ein komplett erklärt ist. Jäger ohne Waffe, ok, ah ja, sehr ja, baue einen Raum, wir können erstmal alles aktivieren Das weiß ich noch, was ist denn? Raumstiftstück, ok, ich muss noch Raum bauen, baue ich denn an irgendeiner bestimmte Stelle? Wie wäre es mit hier oben? Guck mal hier, können wir uns da gleich anbauen Wie wäre denn ein Raum, steht aus Wänden an deiner Tür, benutze ich das Architekt-Muni Architekt, ein bisschen Korn, ah ja, perfekt Ein bisschen Korn mit Holz, oder? Das haben wir ja bestimmt nie So, 10 mal 10 Ah, Katze, oh So, und dann haben wir... Ah, Holztür So Hä? Jäger ohne Waffe, ach so Ich baue einen Raum, mach ich, definiere Lagerplatz, dann machen wir das daher als Lagerplatz Was ist das denn für ein riesen Vieh, Alter? Riesenfault So So Äh Ich finde jetzt Lagerzonen im Abschnitt so ein... Ah ja, jetzt so ein Lager Wollen wir mal so ein kleines Ding, oder? Anbauen? Wollen wir klein noch was anbauen Bauen? Dick neben dem Lager hier, zack Ja, das muss ja nicht die Antrisen stehen so Bauen Raum, Betten benötigt Ach, scheiße Betten Wollen wir.' 10 Mh 2 Das ist ja das Anfang Ach, Battle Ich habe ihn nicht Nein, ich hab ihn nicht gelöst Bö Schw 66 60 68 Gast Tiere, habe ich schon ein Tier? Na ja, ich habe wirklich schon alles gut. Was kann ich denn hier jetzt beibringen? Wie lernt ihr das jetzt so? Ich glaube die verlagern jetzt erstmal alles. Ne, ne. Jetzt brauchen wir vielleicht mal ein Dach oder so. Ja. Und wer kann jetzt mit Tieren? Tierfläger ist Kaske, ja. Äh, Gefehl. Zehmen. Äh, das kann ich denn hier nicht zählen. Ist der schon gezähmt? Deswegen vielleicht. Dann bring dem Tier etwas bei. Geheil. Hm, gehts das irgendwo? Erlernen die Zeitkontrolle. Also du kannst beschleunen. Aha. Das ist ein Mensch. Nein, was? Scheiße. Geheil. Oh, das sieht eigentlich. Ich kann den Typen verkaufen. Egal. Abfahrgeschwindigkeit. Er ist ein richtiges Arbeitstier. Okay. Okay. Dann hast du ganz befehlens zu etwas abgebaut. Dann zu empfehlen, dass ich decken muss. Ich muss nicht melden. Ja. Abbauen. Unpassierbauen, veressen zu werden. Ach ja. Das sind unpassierbare Felsen oder was? Ah ja. Was hat er denn passiert? Gebaut. Keine Materialien. Okay. Okay dann müssen wir vielleicht mal Holzhacken, ja? Bekannten Holzhacken? Äh... Forstwerd oder? Kaleski, was sie nennen? Hey die Kaleska! Oh ich glaube ich muss meinen Lagerplatz mal vergrößern War natürlich jetzt nicht so clever hier Aber wir machen einfach einen zweiten und gut wüsst Und dann ist das hier eine Lagerzäune Ah ja jetzt schlafen die Wir gehen zum Tier hier Gesund Wie trainiert man die denn? Hilfe! Musste mal was fressen Aber es geht schon wieder los Oh das wirks wieder so langsam Ich glaube wer der nicht macht oder? Geht etwas spazieren Oder muss ich keiner sein dass ich den in ihre Ruhe lasse wo es leuchtet? Hä der jagt sogar sehr witzig Hä was denn priorisiert er jetzt mal wieder eins? Achso ich könnte das lassen Er lernt das pausieren mit der Leertaste Okay Wow Okay Jetzt sehen wir Kolonien und Bedrohung So ich werde jetzt nicht flüchten Zuweisung Zuweisung Äh Ah ha 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 Wir hatten doch Jäger Quincy Und Yoko Kann also die Angreifende reagieren Quincy kann mit Angreifende reagieren Und Ah ne die kann gerade nie mit Angreifende reagieren Die Reden brüchten So dann Ah Ah Okay So Sonst brauchen wir noch einen Ich möchte noch einen Bedlock Vielleicht Ich möchte noch einen Bedlock Vielleicht wird Kanko oder so Achso ne das Dach ist schon hier Bleibt auch nicht Ah ne wenn ich dem komischen Tee was beibring Ich möchte noch einen Schuss Ne Joko Irgendwann Was ist doch mal das Tier hier Oh eigentlich Wollen wir doch dann einfach mal schnell Türen machen oder Ist doch kacke wenn da keine Türen sind Ähm Wo ist das Stahltür Zack Zack Okay Was können wir jetzt noch Was müssen wir jetzt noch machen Irgendwas besonderes Das scheint ja jeder was zu zünden Okay Ja ne okay das furcht jetzt gut Böden brüchern hier Markenfeuer kommt wieder cool Wohin Markenfeuer hinten waren So Wie können du nisten am Arbeitstisch arbeiten Wenden sie sich außen öffnen Aber hier kann es so aussehen welches Mal Es hat mich noch nicht Wollen Sie erst noch so n Ding oder So was ist das Naja Wollen Sie die Schraube Wollen Sie die Schraube Wollen Sie sich denn da ausbauen Und dann nehmen wir noch ein Herz So Was trägt denn da Stahl Also hier kann wirklich Stahl rauskommen Oh sehr cool Okay Gut Da ist für das letzte Mal einfach nur richtig Pech Augen habe ich Heilung habe ich Denk ich mal He Der gut sich doch raus Ist ok Ich nehme mal Kann ich dem Tier irgendwie was beibringen oder so? Er hat halt keinen Meister. Dann muss er sich mal nehmen und binden. Tierpfleger ist der Caspi. Achso, kein geeignetes Essen. Um den zu trainieren. Äh. Einmal wegeslagen. Das klappt auch nicht mehr. Oh hier, auch noch. Damespakketten. Oh ja, was ist denn noch alles? Oh ja, was ist denn noch alles? Oh ja, was ist denn noch alles? Das ist eigentlich ein Stahlhaus. Das ist natürlich logisch. Ähm. Könnten wir eine Milchstelle irgendwo noch hinbauen? in die Zah.. Zerk. 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 Sooo Ach hier Schlafplatz tier Guck mal Jetzt kann man einfach mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ah cool Ich brauche ganz viel Stahl jetzt ist ja cool Was ist das? Silber auf dem Bauteiler Hat er das anbauen da ja ewig krass Noch mehr davon Sonst bestimmt hat er überhaupt flutsch weg alles Schlaflos Was ist das für mich? Ist er schon fertig? Ist er schon fertig? Neun, ne, da müssen wir nicht sein. Das ist schon sechs Jahre. Ja. Was ist das hier? Aber jetzt wird es ja auch noch nicht gebaut, oder? Ne. Was ist das? Was ist das? Das ist schon fertig. Oh. So 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 Kann ich das kommen? Ich bin hier irgendwo. Ah ja, Sicherheit. Sandsäck. Äh... Wirswahr hin. Wirswahr hin. Wirswahr. 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 Holzfalle noch. Wohin muss ich das launchen. Damit die Pumpe einfach irgendwo Holz fallen. Zack. Holz fallen. So, jetzt wollte ich diversen... Ne, nicht diverses. Künstliche Sonne. Und leuchtet nicht so stark, dass Pflanzen wachsen können. Ha! Braucht ich Strom? Braucht bestimmt Strom. Die Arbeitsgruppe muss neben einem Arbeitstisch platziert werden. Ich spiel. Jetzt wird's schauen. So. Ne, das ist ein Ort. Das ist jetzt kein direkter Arbeitstisch. Ne. Dann haben wir ein Chineltisch gedeckt. Danebensitzung. Dann hier noch einen Apotisch rein. So. Bitteschön. Wie packt das da? Wo krieg ich denn eigentlich meine neue Leute? Geht etwas spezielles zu tun. Ähm, Inverse-Window. Ne, komm. Komm. Komm jetzt an. So. Oder wir können sie nicht mehr. Oder wir können sie nicht mehr. Ja. So. Ähm. Steht das Tür auf, oder? Ich bin jetzt kein Bauerwein. Achso. Na gut. Ähm. Was noch so zu tun? Ach, es gab doch hier. Guck mal. Können wir diese. Abbrauen. Und. Guck mal. Es gibt noch alles. Abzuwarten. So. Da hat ihr damit was zu tun. Kann sie den Eindruck reichtun. Was raussehen? Es ist immer noch raus. Raum-Statistik. Eindruck minus 6. Langweilig. Weichturm dürftig. Freiraum. Mittemäßig. Aussehen. Lässlich. Wie kann ich den denn an Pitch machen? Ja. Ich brauche das Ding wahrscheinlich jetzt. Strom. Strom. S스. So. So ganz immer noch nicht, oder? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Das Ding klopft, so... Was ist denn hier? What? Kommt einfach hier rein? Eher auf Forschung? Hm. die Sieht nun ab Großstadt, besucht die Kolonie, sich ein paar Gegenstände zu behandeln, wobei Also, wo geht das dann für eine Funktion? Irgendwenn... Das dauert zwar derzeit nicht, aber... So, ich kann es jetzt schon mal probieren... So, ich kann es jetzt nicht... So, ich kann es jetzt nicht... So, ich kann es jetzt nicht... So, ich kann es jetzt... So, ich kann es jetzt nicht... So, ich kann es jetzt nicht... Ich hätte es den Gruppsch größer ziehen können, ich denke schon. Ich brauche es wieder. Auswendiger. Ich war mit dem Schnelldruck. Ich scheiße, ich bin ein Maschinen von der Klinge. Ich kann das unter anderem auch überfahren. Ich bin ein quello jogo, aber sie haben die Schnelldruck schon nicht. Aber es gibt einen großen Schnelldruck. Ich bin ein paar Schnelldruck schon begeistert. Ich bin ein paar Schnelldrucke. Und dann über die Schnelldruck. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Licht geht aber an und ausgegeben. Machen wir so. Reicht der Generator nie? Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Top Schützer. Das war's für heute. 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 Wir wissen nicht... Das war's für heute. Das war's für heute. Holzzeitplatz Hochzeitplatz? Ich bin so blöd im Lesen, ne? Ich hab Holz-Tisch, das sind doch beide, das hier auch Holz-Tisch Ich kann einfach über den Tisch laufen, chillig Naja Lass mich sagen, ein Kenner von mir kann forschen? Doch, wer meint forschen Nicht ausbildbar, Forschung erfolgt, man Aber irgendwie wird es auch trotzdem nichts erforscht Nicht langfristig merke ich schon, aber das ist noch nicht 1% hoch Ich hab jetzt mal das Lagerzeug Ok, das ist gut Ja 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 Ah ne, abwäsch'n. Mit Leistung verbinden wir uns minus 5 von uns. Mit Leistung verbinden wir uns minus 5 von uns. Das verstehe ich jetzt nicht, warum ist denn das minus 7 von uns zu schwarz? Das liegt nur fest. Und dann nicht meinen Schalter. Vielleicht einen schönen Schalter reinbauen. Vielleicht einen schönen Schalter reinbauen. Vielleicht einen schönen Schalter reinbauen. Mitten ins nächste Schalter reinbauen. Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Achso, der Strom. Logisch. Digga, das ist ja nichts zu tun. Geh arbeiten! Ne, das ist ja nichts zu tun. 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 Ist das mein letzter? Warte mal. Aber da geht auch ins Bett jetzt, okay. Das ist vielleicht noch ein Generator. Hm, aber eigentlich habe ich da jetzt die Scheiß-Solaranlagen dafür gebaut. Was macht der denn, Alter? Schaut den Wolken zu, ist da nichts zu tun? Manche Leute! Schaut den Wolken zu. Ich glaube, Schwert nicht mehr. Aber es kam noch, hat noch keiner was jetzt angegriffen, oder? So. So. Wie sieht das eigentlich aus? Was passiert denn dann? Wie halten die dann, richtig? Was habe ich denn hier gemacht? Bin ich bekloppt? Wieso habe ich denn jetzt... Ja, komm ich ja trotzdem nie raus, ey. Das ist ein Vogel. Das ist wie keiner immer noch nischt. Jetzt bin ich mit einer richtigen Leistung verbunden. Gucken ob da eine Batterie reicht, um es zu speichern. Ja klar, nachts bringt die Dinger ja nix, deswegen geht es ja nicht um uns. Wenig Narben. Okay. Dann... Produziert! Meine Freunde! Gute! Puh! Das ist das WP auch Schwachsinn ey. Wieso, ich kann ja die Dinger einfach abreißen. Wieso? Wieso? Was? Wieso? 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 Erstmal den Stromkabel mein Freund Das ist auch Stahl überall Die Entbauzäune ist immer noch in die Wärterfahrung Immer noch wenig Nahrung Ah ja der produziert jetzt sehr gut Da redet, die redet mit hier Aber deswegen haben wir keine Namen Zeh um den Fehlgeschlagen Schöner wieder Alter So in den Zehn klappt er auch nie ey Dicker hast du noch nichts dazu? Sehen wir das scheiß Gebiet ey Statt mal irgendwo zu gucken Und Stahl ab Besucht hier auch noch Tiere zu zähmen Ich lach mal hin ab Ich mache irgendwann mehr Mitarbeiter Ich will mal hier noch ein paar Leute haben Ich spawne bestimmt irgendwann Oder irgendwann müsste mich auch mal einer angreifen So da sind die dann mit einanderer Wächst Alter das dauert ja ewig krass Das sind alles Kartoffeln Bloß ok Forschung Das sind immer noch nichts Aber irgendwie So Okay es wird bereits gebaut Alter den Reiterlager Du kannst Lageruneration durch den Reiterlager konfiguren Reiterlager Ich bin in der Reiterlager Was ist das? ? ? Ich bin in der Reiterlager Ich weiß nicht, muss ich forschen. Hier mit uns? Lager, lange, lange. Ah, haha, ok. Äh, Leichen, alter, what the fuck? Körperteile? Kleidung soll nicht hier gelagert werden, sorry. Gegenstände, Gegenstände ist auch gut. Ah ja, ok. Was miteinander verkommen? Ok, schön. Die Batterie ist gleich komplett voll. So, Wanderer bleiben. Ah, ich hoffe, wir haben uns Okonel ist angekommen und tritt zur Konne Liebe. Ah. Hallihallo Okonel. Was kennen die? Bauarbeiter, ich kenn die ja. Ah, ok, schade, hätte er gelagert bekommen. Keine Materialien, ok. Was brauchen wir hier für Material? Hältstisch. Achso, macht's ja. Schön. Oh, toll, ey, du kommst an und verbrauchst dir meine Rohstoffe. Du bist da eine, ey. Mann, Mann, Mann. Es ist 50. Du stehen das alles. Ein Ding. Der steht für ausgesetzt. Äh, er steht für ausgesetzt. Schwierig. Hä? Ja, ok. Dicker, ich kenne es ja, das sind nichts zu tun. So. Ups. Mit V kann ich es das machen. um Geh die Forschung jetzt irgendwie mal voran. Wird erforscht. Hier wird nichts erforscht, Alter. Ganz im Ernst. So, hier sollen bitte keine Ruhe stehen. So, hier sollen wir keine Nahrung dringelagert werden. Ne, da sind auch keine Poppen dringelagert werden. Okay, ich glaube so langsam kommt ich in das Spiel rein. Ich weiß immer noch nie, warum ich hier eine Doppeltür habe, aber hey. Doppeltür, Mann. Das ist auch eine meiner gezogenen. Ne. Der kann immer noch nicht, oder? Hey, lernt denn doch mal irgendwas. Ich muss doch verorschen. Was ist denn das eigentlich? Nrg. Keine Ahnung. Was ist das? Braumstiftstücke. Wollen wir das nutzen können? Gucken wir mal. Und jetzt haben wir noch. Und jetzt haben wir noch. Silber und Silber. Okay, das letzte Steuer haben wir schon wieder kennen. Siehst du, wir mussten nochmal etwas abbauen. Was ist das? Was ist das? Schiefer. Das ist bestimmt nichts. So. 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 Was ist das? Schiefer. Wir gehen jetzt auch pennen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Geht ich jetzt auch pennen? Ne. Oh, stimmt. Ich habe ja kein vieres Bett. Oh, das könnte ich mir noch bauen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Ein Bett aus Silber. Kann man natürlich auch bauen. Brauchen wir auch nicht. Oder ein Königlisch. Gucken wir jetzt mit dem Baum rein. Gucken wir mal ein bisschen hin, wie die Beziehung zusammen sind. Gucken wir mal ein bisschen hin, wie die eine Beziehung haben. Fast eine Stunde spiele ich jetzt schon. Krass. Welche mal. Welche mal. Ne. Wir gehen weiter. So, was macht der? Droht sich mit anderen aus. Fick dich. Was macht die? Seht ihr jetzt? Nichts mit Ruhe. Wo irgendwie gar kein Strom. Ich muss mich mal noch bauen, dass es Strom verkauft wird. Also, was machen wir jetzt noch? Was wird das für dich, wenn die noch was? Nee. Ich werde hier noch ein bisschen erleben zu müssen Zack! Guck mal da! Einfach weil ich es kann So, soll da wieder Strom dranblecken? Ok, so, davon habe ich ja nichts. Das ist produzieren. Produzieren, das ist verschmutzt. Ich kann das nicht sauber machen. So, jetzt ist es die Runde. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das Mist hier drinnen soll man weg jetzt. So. Dann zur Sicherheit. Vielleicht ist es wegen der Sicherheit. Kann man eigentlich mal jemand sagen ob der Stream zufrieden schlägt oder irgendwas? Ich hab hier irgendwie ne. 3% kann das Tier fehlen. Macht der ja. Ruht sich mit anderen aus. Fick dich. Spreng dir weg. Alter sind das Funken aus. Stahl fehlt uns. Wer ist ein Berg ab? Alter. Oh Connel. Oh erstmal bitte. Ein Hirsch wurde zahm. Er wurde Hirsch 1 genannt. Ja ja. Wollte ihm jetzt irgendwas beibringen. Bitte. Wie wohl will. Ich brauche einen Tierpfleger sozusagen. Ahhhh. Ahhhh. Kein Clanski. Oder Quinzki. Ja ja. Wo ist jetzt noch? Das Riesenvieh ey. So krass. So krass. So krass. So krass. Die Tiere. Den fliegt auf den Grund. Halleluja. Oh mein Gott. Oh es geht nicht mehr für uns. Oh mir ist das. Was ist denn hier? Hier, äh... Problemsverzöger. Um... Was? Um Michael uns mit dem Kampfdeck zu steuern, lass ihn in die Waffe ziehen und dann in die Waffe ziehen und dann in die Waffe ziehen. Scheiße, ich bin sehr froh. Kannst du ihm auch erst den decken? Dann, okay. Ein Überfall. Waren von der Fraktion Mordern und Haufen sind in der Nähe aufgedacht. Okay. Ähm... Wer hat denn hier eine Waffe? Äh... 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 Dude, du kannst doch nicht move'n, ne? Der hat schon eine Waffe und Nutze, ne? Ups... Äh... Stopp! ... 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